Deine drei Formulierungen, eine Beziehung zu beenden. Coward, lösch meine Nummer, wer bist du überhaupt? Deine drei Automarken, in denen du niemals sitzen möchtest. Merkur, Novolein und Jasekleid. Automaten? Automarken! Das ist ein Auto, ist ein Auto. Das ist ein Auto, das ist ein Bruder. Das ist noch drei, du schaffst, dass wir kranker werden. Nein, zum Glück spielen. Nenne drei Dinge, für die du niemals Geld ausgeben würdest. Kokain, Alkohol und Nutten. Nenne drei Säugetiere. Delfin, Wal, Mensch. Nenne drei Dinge, die du immer zu Hause vergisst. Kokain, Alkohol, Nutten. Nenne drei Synonyme für Hintern. Bad Göttings, Kiste. Danke nochmal. Nenne drei Trash-TV.